Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Okay Leute, bevor das Video losgeht, es gibt jetzt richtig, richtig süßen EpicStun Merch. Es gibt richtig, richtig süße Nudelhoodies. Es gibt ein richtig süßes EpicStun Kissen. Und natürlich gibt es auch ein richtig, richtig süßes Kaktuskissen. Es gibt richtig süße blaue DreamStun Armbänder. Und es gibt natürlich auch einen richtig coolen EpicStun Weihnachtshoodie. Also wenn du richtig süßen EpicStun Merch haben willst, dann klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und heute spielen wir eine weitere in der Murder Mystery. Ja! Oh, das wird so cool. Oh ja. Ich bin unschuldig, Katja. Oh, ich bin auch unschuldig. Und Moment mal, hier bin ich ja wieder Sheriff. Oh, stimmt. Moment mal, das ist ja richtig cool. Wir können uns hier für drei Gold ein richtig süßes Pferdchen kaufen, Katja. Oh, ich habe schon ein Gold. Sehr cool. Oh, warte mal, ich brauche noch ein Gold. Dann kann ich mir schon das Pferdchen kaufen. Oh, sehr gut. Warte mal, hier ist noch Gold. Und, oh, der hat mir das Gold weggeschnappt. Ach, Mann. Und Moment mal, Katja. Ich bin es nicht, wirklich nicht. Da wurden Leute weggeschnetzelt. Aber ich war es nicht. Ja, ich auch nicht. Moment mal. Okay, Moment mal. Katja. Wo ist Gold? Ich glaube, du bist eine kleine, fiese Mörderin. Bin ich nicht. Moment mal, hier hat jemand den Boden. Warte, hier wurde jemand weggeschnetzelt. Ja, wo denn? Oh, warte, warte, ich komme zu dir. So und so. Moment mal. Katja, da liegt jemand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bist du denn? Ich war hinter dir gerade am Bahnhof. Hallo. Bist du es? Nein. Ich bin es wirklich nicht, Katja. Warum wollen die dich weggeschnetzeln? Ich weiß es nicht. Nein, ich bin es nicht. Oh Gott, oh Gott. Und? Oh, Moment mal. Das war richtig knapp. Ich hätte ihn fast weggeschnetzelt, Katja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katja, willst du mir helfen? Na, ganz sicher nicht. Doch, mein... Oh, oh, da ist der Detektiv. Hab ich den Detektiv? Nein, ich habe den falschen weggeschnetzelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und? Oh Gott. Wo ist der Detektiv hin? Ich muss den Detektiv weggeschnetzeln, Katja, sonst schießt er mich hier ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, oh, da ist der Detektiv. Hallo, Detektiv. Und? Ja, ich habe den Detektiv, Katja. So nice. Das ist gar nicht nice. Doch, und weißt du was? Was denn? Jetzt werde ich dich weggeschnetzeln. Ich werde dich zuerst weggeschnetzeln. Doch. Katja, wo bist du denn? Moment mal, bist du hier irgendwo? Nein, hier bist du schon mal nicht. Warte, nein, da bist du auch nicht. Da sind welche. Oh Gott, oh Gott, den Bogen. Und? Zack, weggeschnetzelt. Ja, und? Zack, den habe ich auch weggeschnetzelt. Katja, wo bist du denn? Das ist geheim. Ja, wie geheim? Ach, Mann. Das ist geheim, geheim, geheim. Du hast dich bestimmt richtig gut versteckt schon wieder. Vielleicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Moment mal. Ist da noch sechs Leute übrig? Oh, sehr cool. Oh, da ist jemand. Und zack, weggeschnetzelt. Oh. Nein. Ich wurde weggeschnetzelt. Ach, Mann. Oh, ich sehe dich. Hallo. Aber das hat wirklich so viel Spaß gemacht. Richtig, richtig cool. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Ach, Mann. Ich wollte Mörder sein. Ja, du bist bestimmt Mörder, Katja. Nein, ich bin wirklich unschuldig. Ich suche gerade Gold. Ich habe schon vier Stück. Moment mal. Was ist denn da passiert? Der ist hier einfach reingeplumpst. Ich war das nicht, Katja. Du bist Mörder. Ja, ich bin kein Mörder. Ich habe richtig doll Angst. Moment mal. Hier ist einfach jemand in die Falle geplumpst. Ich konnte dafür gar nichts, Katja. Ach, Mann. Ja, ja, ja. Okay, Moment mal. Ich brauche noch drei Gold. Dann habe ich einen Bogen. Oh, sehr gut. Moment mal. Ich habe drei Gold. Gib mir die drei Gold. Los. Ich kann dir die nicht geben. Katja, siehst du? Ich bin kein Mörder. Da wurde jemand gerade weggeschnetzelt. Vielleicht ist jemand runtergefallen. Ich traue dir hier nicht. Nein. Okay, Moment mal. Wo ist Gold? Gold, 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 Gold. Hallo, Gold. Ist hier noch Gold? Nein, hier ist kein Gold. Moment mal. Ich wurde weggeschnetzelt, Katja. Nein, wirklich. Okay, Moment mal. Ich kann auch zwei Gold holen und dann kann ich den Mörder weggeschnetzeln. Oh, sehr gut. Moment mal. Ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist. Wer denn? So ein Mädchen. Ich habe die gerade gesehen. Warte mal. Moment mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, sehr nice, Katja. Du hast sie weggeschnetzelt. Oh, richtig, richtig nice. Das war so eine coole Runde. Du hast den Mörder einfach komplett weggeschnetzelt. Dankeschön. Ich bin unschuldig, Katja. Ich bin auch unschuldig. Und, ach, Gold. Sehr gut. Ja, Moment mal. Ich habe hier noch gar kein Gold gesehen. Was ist denn hier los? Ist da gerade jemand ins Wasser geblumst? Oh, tatsächlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katja? Ja? Soll ich dir ein richtig cooles Geheimversteck zeigen? Nein. Warum? Moment mal. Katja, du bist wieder eine Mörderin. Nein, ich bin keine Mörderin. Ich habe hier alles gut im Blick. So viel kann ich dir verraten. Warte mal. Bist du wieder hier oben irgendwo? Ja, ich bin doch immer hier oben. Hallo. Hallo. Komm, Katja. Ich zeige dir ein Versteck, okay? Ich muss schauen. Komm, komm, komm. Ich zeige dir ein richtig gutes Versteck. Okay, warte mal. Ich glaube, du bist es wirklich nicht. Guck mal, Epic. Ja? Ich bin ein Detektivfreund heute. Oh, hallo, Detektivfreund. Oh, so nice. Okay, komm mit, Katja. Ich zeige dir was richtig cooles, ja? Ja, aber du musst auch Gold sammeln, ne? Ja, natürlich. Okay, warte mal. Oh, hier ist Gold. Zack. Okay, Moment mal. Man kann hier lang gehen. Warte mal. Was denn hier ist? Katja, das ist der Mörder. Das ist der Mörder. Da unten Wasser, da unten Wasser. Der ist hier Wasser. Der ist unter uns. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Warte. Ich gehe... Nein, Katja, schnell sie weg. Da kommt die Leute hoch. Katja, schnell sie weg. Schnell sie weg. Die Katja, Katja. Ich komme schon wieder. Nein. Es tut mir so leid. Katja, Katja, Katja. Schnell sie weg. Schnell sie weg. Lass die Brücke aus. Lass die Brücke aus. Jetzt schnell sie weg. Ja, ich muss halten. Schnell sie weg. Schnell sie weg. Ja. Sehr nice gemacht, Katja. Richtig, richtig gut. Ach, Mann. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Oh, sehr cool. Und ich mag die Map hier wirklich richtig gerne, weil hier kann man sich wieder Fackeln kaufen und hier die Kohle anzünden. Das ist richtig nice. Oh, stimmt. Und Moment mal. Ich brauche jetzt erstmal ganz schön viel Gold. Oh, stimmt. Ich brauche auch richtig viel Gold. Das ist der Mörder. Das ist der Mörder. Der blaue Soberteil hier vorne. Ich sehe mich. Moment mal. Ist das wirklich der Mörder? Es gibt zwei davon. Oh, Hilfe. Es gibt zwei. Die sehen gleich aus. Und davon ist einer Mörder? Ja, aber ich weiß nicht mehr welche. Einer von den beiden. Was? Oh, nein. Was ist denn hier los? Hilfe. Moment mal. Ich bin mir echt nicht mehr ganz sicher. Ist das hier der Mörder? Moment mal. Der Deliktiv wurde getötet. Wo sind die Leute denn? Moment mal. Hier ist doch keiner Mörder. Moment mal. Hier wurde doch gar keiner weggeschnetzelt. Oh, warte mal. Hier liegt jemand. Was ist denn hier los? Katja? Ich bin wirklich. Katja? Du bist zu 100% eine Mörderin. Und jetzt hast du dir Detektiv weggeschnetzelt. Katja? Hab ich nicht. Nein. Du bist Mörder Nummer 1. Ich suche hier die ganze Zeit auf Gold. Katja, nicht mich. Ja, ich bin es auch nicht. Doch bin ich. Du bist es gar nicht. Warum bist du es auch? Oh nein. Katja. Du bist eine miese, fiese Mörderin und stellst es hier jeden weg. Hallo, Freunde. Och, Mann. Moment mal. Es leben nur noch zwei Leute. Du bist denn wirklich richtig, richtig guter Mörder. Oh, bestimmt verstecken die sich irgendwo. Moment mal. Hm. Ist hier vielleicht wer? Hallo? Vielleicht da oben. Okay, Moment mal. Wir schauen mal. Ich bin so ein guter Mörder. Oh, das stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Moment mal. Jetzt lebt ja nur noch einer. Du hast gleich gewonnen. Ja, klar. Aber wo ist er denn? Ja, ich habe gewonnen. Tja, Moment mal. Richtig nice gemacht, Katja. Du warst wirklich eine richtig gute Mörderin. Sehr cool. Dankeschön. Ich bin Detektiv. Wirklich? Ja. Detektiv-Freund. Oh, ja. Komm zu dir. Oh, okay, okay. Wo bist du? Wo bist du? Katja? Ja. Moment mal. Katja, du schnitzelst ja Leute weg. Oh, oh. Ich bin wirklich lieb. Warte mal. Wo bist du? Hinter dir liegt jemand. Katja, du hast ja weggeschnitzelt. Da liegt jemand auf der... Ja. Nein, 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 nein. Du bist Mörderin. Du warst Detektiv. Was ist denn hier los? Du hast gesagt, du bist Detektiv, aber ich war es. Ach, Mann. Hey, du kleine Detektiven. Oh, da hatte ich ja richtig Glück, dass ich weggeschnitzelt habe. Das war ja so knapp, tatsächlich. Ach, Mann. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich hatte richtig doll Angst, tatsächlich. Okay, warte mal. So, dann schnitz ich die hier alle weg. Oh, sehr cool. Das macht so viel Spaß als Mörder, tatsächlich. Das war ungerecht. Ich wollte dich weggeschnitzeln. Das war so lustig, weil du gesagt hast, du wärst Detektiv. Aber ich war doch Detektiv. Ach, Mann, sehr cool. Okay, warte mal. Es sind noch vier Leute übrig. Oh, so cool. Okay, oh, da ist noch jemand. Und zack, 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 zack. Es sind noch drei Leute übrig. Sehr cool. Nein, Leute, ihr müsst gewinnen. Los geht, Epic wegschnitzeln. Los, los, los. Nein. Hey, was soll das denn heißen? Moment mal. Wo sind denn die letzten drei Leute? Oh, da ist jemand. Und... Oh, Hilfe. Der hat mich fast getroffen. Das war richtig knapp. Und... Oh, Gott. Nein, 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 nein. Und... Nein, nein, nein. Ich will den wegschnitzeln. Und... Ja, nein. Oh, das war so knapp. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Da oben waren die Karten. Ich habe die alle gesehen. Moment mal. Da gehe ich hier lang. Und... Dann kann ich die wegschnitzeln gleich. Und guck mal. Da ist jemand. Und... Tschüssi. Oh, sehr cool. Jetzt sind noch zwei Leute übrig. Oh, sehr nice. Moment mal. Ist hier jemand? Da steht jemand. Und... Zack. Oh, sehr nice. Den habe ich auch weggeschnetzelt. Und jetzt ist noch einer übrig. Oh, so cool. Moment mal. Wo ist der denn? Hallo? Oh, Moment mal. Da ist die letzte. Oh, sie hat mich nicht getroffen. Oh, sehr gut. Und... Nein, das war so knapp. Oh, Gott, oh, Gott. Ich muss richtig doll aufpassen, dass die mich nicht wegschnetzelt. Und... Ja, ich habe gewonnen. Oh, so nice. Das macht wirklich so, so, so viel Spaß. Oh, richtig, richtig cool. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Karte vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.